Die ECE Projektmanagement GmbH und Co. KG ist ein deutsches Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg, das Einkaufszentren entwickelt, umsetzt, vermietet und betreibt. Das Unternehmen ist im Besitz der Cura Vermögensverwaltung der Holdinggesellschaft der Otto-Familie. Geschichte 1965 wurde von Werner Otto die Werner Otto Vermögensverwaltung GmbH gegründet, woraus 1970 die KG Einkaufscenter Entwicklung GmbH und Co., kurz ECE, wurde. Da das Unternehmen nicht nur Warenhäuser verwaltete, sondern auch andere Gewerbeimmobilien, wurde der Name im Jahr 1979 zu ECE Projektmanagement geändert. Das erste Shoppingcenter-Frankenzentrum wurde am 23. Oktober 1969 in Nürnberg-Langwasser eröffnet. 1970 folgte das Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg-Poppenbüttel.